Peace, Freunde und willkommen zu einem weiteren Video. Heute gucken wir uns wieder Fußballclips an. Versuche nicht zu lachen, das heißt, es wird witzig. Lasst ein Like dafür, Part 2. Ich will hier 1000 Likes sehen. Lasst ein Abo da, Freunde, um nichts zu verpassen. Vielen Dank, wir sind fast wirklich jetzt bei 100k. Let's go. Ey, ich spiele mit InlineSkater. Fußball, was ist mit denen los? Und dann regnet es dabei noch. Hääääh? Er gritscht Kind weg, als wenn das irgendwie ein Dings wäre, Digga. Kreisliga-Spiel. Oh mein Gott. Kameramann wird auf jeden Fall bescheuert genommen. Hey. Hey. Brrrr. Man dachte, jetzt kommt was nach diesem Beat und so. Wie süß. Digga. Oh mein Gott, was für Platzverhältnisse. Häää? Bruder im Außengeschoss neu erfunden. Was macht er mit seinen Armen ab? Seine Haltung ist geistkrank. Ah, guter Schuss. Das machen immer diese Brasilianer, ne? Guck mal den Kleiner an. Digga, der Kleiner ist zu geil. Digga, diese Brasilianer können so krank hochhalten, ne? Man kennt das ja, wenn man mit seinen Freunden hochhält und so. Aber die machen immer mit Brust, mit Kopf und so, mit Hacke, alles. Und da werden Legenden geboren. Hat Digga gegen seinen Kopf getreten? Oh, Digga, abgeprallt in Eier. Schmerzhaft. Digga, was? Das war doch auf dem Baller, Mann. Könnt ihr mir doch erzählen, was ihr wollt? Häh? Wie geil, Mann. Hat gar nicht gecheckt. Das meine ich. Das meine ich. Digga, die sind so crazy, ne? Guck, guck, mit Hacke, alles drauf und dran. Ich schwöre, das ist nicht unsere Liga. Die haben andere Technik als wir. Son. Son Junior. Heuming Son Junior. Hä? Was macht Linenrichter auf einmal? Warum will er auf einmal mitspielen? Hä? Was ist mit Linenrichter los? Habt ihr gesehen, wie dick Neymar geworden ist, Freunde? Habt ihr es gesehen? Ich glaube, das ist immer dieser Fake-Neymar. Es gibt nämlich einen Typen, der sieht genauso aus wie Neymar, wenn er Sonnenbrille auf hat. Aber eins zu eins, der hat auch dieselben Tattoos, glaube ich, und so. Und mit dem treffen sich auch viele YouTuber und machen dann so auf den, die haben Neymar getroffen und so. Ich glaube, das ist dieser Fake-Neymar. Ja, wieder mal, ja. Oh, Neymar! Nee, Bro. Nee, oder? Nee, oder? Was? Witziger wäre es jetzt noch gewesen, wenn der Torwart ihn gegen den Kopf geschossen. Hey! Tschüss, schnelle Beine. Was ist denn der für schnelle Beine? Stark, Bro. Guck, und der sieht halt auch so wie Vinicius Junior. Es gibt immer so Doppelgänger. Man muss aufpassen, dass man nicht verarscht wird. Okay, er sieht ein bisschen aus wie Vinnie auf Wish. Aber trotzdem, wenn er Sonnengelaufen hat und so, man könnte glauben. Was? Bro, rot, direkt. Gib ihm mal den roten Karton, Junge. Er ist stark. Er ist stark. Einer zu viel jetzt, aber. Ja, aber Tor am Ende. Golasse. Falsches Tor, Bro. Falsches Tor, Bro. Aber geil, dass das Tor noch in der Kamera war. Guck, er muss selbst lachen. Er muss selbst lachen. Lass mal T-Shirt an, Bro. Lass mal lieber an. Lass mal lieber T-Shirt an, Bro. Lass an, Bro. Lass an, Bro. Nein, lass lieber an. Dad of the Year. Hat er Tor gemacht und Jubel gerade mit Kind, ey. Geil. Tschüss. Schieb ihn lieber kein Ton da, du kriegst auf Kopf. Nein, nein, schieb ihn nicht, schieb ihn nicht. Ja, ja, ja. Du fliegst im Pool, Bro. Ja, aber klar. Du musst aufpassen, bei wem du sowas machst. Bei wem du solche Faxen machst. Oh, wie oft passiert denn das? Was sind die Schmerzen, wenn man so einen Trick lernt? Digger, was? Nee, Bro. Mach doch jetzt was Gutes draus. Das sah so schön aus. In dieses Loch. Oh, das wäre so krank gewesen, hätte er hier in dieses Loch getroffen. Oh mein Gott. Er rutscht, er rutscht, er rutscht weiter. Ja, ja, genau, genau, genau. Er hat 10 Euro auf dem Boden gesehen oder so. Fuffi. Muss ein 50er gewesen sein. Hier, wieder Fake-Naymar. Ohne Sonnenbrille erkennt man, dass es nicht Neymar ist. Ohne Sonnenbrille erkennt man. Guck mal gegen Messi. Neymar kämpft gegen Messi. Was ist das denn? Neymar kämpft gegen Messi, Digger. Was habe ich mir da gerade angeguckt? Was habe ich mir da gerade angeguckt, Junge? Ich bin verwirrt. Digger, er rutscht auch. Er rutscht auch noch. Er hat auch einen Fuffi gesehen. Er hat auch einen Fuffi gesehen. Was ist ein geiles Video, Digger. Hä? Was sind das für Bedingungen? Last an, bro. Last an. Ist schon bauchfrei gewesen. Reicht doch. Reicht doch. Wie oft will er diese Abonnier-Animation einblenden? Wenn ich das so oft machen würde, ich hätte schon 200.000 Abonnenten auf diesem Kanal hier. Ich habe 2 Millionen auf meinem Main-Kanal, nicht nur eine Million. Nur eine Million. Ole. Was mit Stock? Diablo, Gregori, coño, te tumban. Pero no le pare, yo tengo todo bajo control. Tom, Diablo, se me ta la guiante. Coño. Die haben Trainingsmethoden, ne? Ich schwöre. Yo lo mato. Espere, de que está medio mal. Das ist geistkrank. Toma, Diablo. Hahaha. Hier ist das erste deutsche Fernseher. Dumm. Junge, wie fake. Wie fake. Wie fake, Junge. Das habe ich direkt gesehen, wie fake das war. Winnie Jr. He plays the ball. He takes the ball. He gets fouled. The medics are coming. Winnie Jr. Is injured. He can't even... Okay, reicht. He can't even... It's the dream. Heey, hoppala. Einfach bowling mit den Kindern gespielt. Heep. Hoppala. Heey, Applaus, Applaus, Applaus. Ui. Das war es von dem Video. Sehr cooles Video, Freunde. Sehr, sehr cooles Video. Bewerten, Abonnieren, nicht vergessen. Ich küsse eure Herzen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.